Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Yo, ähm, irgendwo müssen wir jetzt hier... Hier ist ein Seilplatz. Da unten, ah, okay. Zack, ranbinden, leertest da ran, springen, oh Gott. Und runter. Okay. Okay, die haben wir erledigt. Das war sogar ganz gut von mir. Wow, ich bin begeistert. Oh Gott, hier ist noch einer. Noch einer? Nee, ich glaub nicht. Ei, ei, ei. Der hat mich grad so ein bisschen erschrocken, du. Ein Hase. Jetzt hab ich ihn nicht getroffen hab. Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art stark gefolgt. Dieser Ort ist verruft, Ross. Was zum Doppel machen wir hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Clara bei dir? Ja, wir steigen bei den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Alles klar. Ich glaub gar... Alter. ...oder der japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Hm. Okay, Heilkräuter. Ich hab grad... Ich war grad total verwirrt. Wer redet denn jetzt da? Ich dachte grad, hä, wer ist denn hier? Oh mein Gott, Hilfe! Aber dann ist mir... ...eingefallen, beziehungsweise hab ich realisiert, okay. Da ist Walkie-Talkie-Action und so. So, ähm, den haben wir schon. Genau, hier ist noch einer. Da vorne liegt auch noch einer. Super, okay. Hm, hier könnten wir runter. Will ich das? Nee, eigentlich will ich hier nicht runter. Nicht von hier aus. Aber wir kommen da unten wahrscheinlich eh hin, denk ich mal. Weil das halt der Weg ist zu dem Rauchzeichen. Aber... Ich will da nicht runterspringen. Oh, hier. Stimmt, die müssen wir auch anzünden, ne? Stimmt! Zwei von zehn Statuen erleuchtet. Kann ich die Waffe... äh, die Dings doch wieder ausmachen? Ah. Stimmt, wir können ja jetzt auch... Achso, Moment. Ich muss... Muss ich hier runterspringen, oder was? Ah, okay. Seil! Nice. Kann ich... Nach... Da springen! Nice, kann ich. Oh, cool. Ich bin so gut. Hä? Okay. Noch eine Buddha-Statue? Zwei auf einmal gleich, ey. Okay. Ich nenne sie jetzt einfach Buddha-Statuen. So, einmal die Fackel wieder ausmachen, so. Mit schlagen. So, gut. Hier ist... Äh... Nichts, wo ich jetzt... Was machen könnte. Da ist was. Ja, das können wir sogar machen. Okay. Zack. Aber... Will ich mich erstmal da unten weiter umgucken? Okay. Nee, Moment. Ich will... Einmal aufs Dach! Danke. Von hier oben dann... Hm, Moment. Doch. Hä? Ah, jetzt. Okay. Zack. Jetzt kann ich doch sicherlich ein Pfeil durchschießen, oder? Um das anzuzünden? Nee, kann ich nicht. Aber Moment. Okay, okay. Ja, ich hab's raus. Ich hab's raus. Ich hab's raus. Jetzt stelle ich mich hier hin. Und zieh das einmal. Richtig. Okay, wow. Okay, von hier oben geöffnet, obwohl es runtergefallen ist. Das ist auch mal... Nice. So, gucken wir uns erstmal hier unten weiter um. Genau. Ich hab, was den Sound und so angeht, jetzt noch gar nichts getestet, weil ich die Aufnahme hier gleich gestartet habe, nach der anderen Aufnahme. Das heißt, ja, in den ersten paar Parts jetzt könnte der Sound vielleicht etwas doof sein. Vielleicht hört man meine Tastatur zu sehr, meine Maus, was weiß ich. Kann alles sein. Ja, da muss ich hin. Okay, gut, dann muss ich... Dann laufe ich erstmal den anderen Weg. Ähm, dort lang zum Beispiel will ich erstmal. Dann laufen wir da links runter. Und dann laufen wir zu dem Signalfeuer. Zack. Und runter. Nicht runterfallen. So, wie komm ich jetzt da hoch? Moment. Wie komm ich jetzt da hoch? Lentas, um zu springen. Ja, jetzt komm ich da wieder hin. Nehä. Hey. Okay, Moment. Ich glaube, ich komme da gar nicht hoch, ne? Scheiße. Muss ich erstmal warten, oder wie? Bis ich da wieder hochkommen kann. Verdammt. Vielleicht ist das ein Rückweg oder so. Ich habe mir hier gerade einen Rückweg gebastelt. Kann ja auch sein. Weiß man nicht. Ach, hier unten bitte. Das war... ...stylisch. So, jetzt würde ich erstmal wieder... ...hier hin. Dahinten ist zwar das Rauchzeichen, aber ich will mich hier erstmal umgucken, Leute. Ich bin voll motiviert dazu. Mich überall umzugucken. Ähm, ähm. Ja. Auf jeden Fall. Da ist wieder ein Butter. Okay. Den können wir natürlich anzünden. Zack. Gut. Wackelt es aus. Was ist hier oben? So, alles. Ganz viel... ...Bergungsgut auf jeden Fall. Kann ich das alles so kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Hm. Okay, es bringt, glaube ich, nicht so viel. Hier liegt auf jeden Fall wieder ein Dings... Wie hieß es? Geocoach. Geocatch. Geocachers. Gewehr gefunden? Zwei Teile gefunden. Zwei von drei Teilen gefunden. Fürs Gewehr. Ah, okay, okay. Das heißt, wir schalten bald vielleicht ein neues Upgrade frei. Schätze ich jetzt einfach mal. Ähm. Okay, das dauert. Das kann noch ein bisschen dauern, Leute. Danke. Das war grad. Das hat ja Ewigkeiten gedauert, bis ich dieses verdammte Wildschwein gekillt hab. What the fuck? Was liegt denn hier? Ach, Munition. Okay. Brauche ich nicht. Okay. Wohl, vielleicht wenn ich mal nachlade oder so. Nachgeladen. Jetzt kann ich wieder was aufheben, oder? Nicht? Nachladen? Nein, okay. Äh, was haben wir da grad aufgehoben? Scheiße. Hätte ich vielleicht drauf achten sollen. Damn. Äh, da sind wir eben hochgegangen. Okay, Moment. Ich will da ran. Und da wir ja wissen, wie das geht. Ne? Ähm. Ich will einmal bitte anzünden. Genau. So. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so machen müssen. Zack. Und. Zieh. Ist angezündet. Super. Okay. Jetzt müssen wir das in diese Richtung hier ziehen. Nach. Hier so circa. Ey. Komm schon. Danke. Wir haben es nicht angezündet bekommen. Was? Okay, Moment. Entzieh ich das mal von weiter weg. Vielleicht hilft das ja. Mann. Danke. Hä? Ja. Es hat geholfen. Schön. Das ganze Bergen ist gut. Will ich nämlich gerne haben. Okay. Und. Zieh. Nice. Okay. So. Was gibt es hier denn noch? Äh. Hier ist nichts mehr. Okay. Doch da. Legs ohne Ende habe ich hier. Mann. Mein Rechner ist mittlerweile echt kacke geworden. Ich muss den echt nachrüsten. Das ist schlimm. Was ist das denn? Vater Matthias will set us free. Fear the demons? Ich glaube demons. Also Dämonen. Okay. Okay. Matti ist also. Wirklich der Böse. Okay. Hätte sein können, dass es sich nur zu. Äh. So. So. Weiß ich nicht. Es ist einfach nur. Weiß ich nicht. Ach. Keine Ahnung. Hi. Matti ist der Böse. Okay. Ähm. So. Was ist denn hier? Oh Gott. Schluck auf. Ist das eklig. Äh. Will ich da oben raufspringen? Eigentlich ja nicht. Oder? Eigentlich müssen wir noch nach da unten gucken. Dann haben wir hier glaube ich auch alles erledigt. Hast du schon alles erledigt? Und. Ja. Geöffnet. Schöne Sache. Cool. Eins. Hä? Was? Einsatzziel? Achso. Ja. Klar. Gut. Ich weiß wo das Einsatzziel ist. Äh. Was ist Einsatzziel? Das meine ich. Kann ich das nicht? Danke. Einmal öffnen. Bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Habe ich mich gerade fast angezündet? Ich glaube schon. Und zack. Nochmal ein paar davon. Alter. Legt das. Verdammt ey. Verdammt. Hier ist nichts interessantes. Ah. Was mir das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Sah auf jeden Fall einfach mal so cool aus. Deswegen. Hühnchen. Sorry Hühnchen. Eigentlich mag ich dich. Aber du musst es einfach daran glauben. Es tut mir leid. Hm. Okay. Also das bringt nichts. Gut. Okay. Das kann ich nicht machen. Zünden wir erstmal wieder den Buddha an hier. Ja. Ich weiß es ist kein Buddha. Aber ich nenne es Buddha. Es ist ein bisschen sehr grimmig. Aber es ist ein grimmiger Buddha. Okay. Ein grimmiger Buddha. Ein sehr, 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 sehr grimmiger Buddha. So. Hier hinten ist doch sicherlich irgendwo wieder eine Höhle oder nicht? Nichts hinter dem Wasserfall? Nee. Muss doch wieder irgendwas sein im Wasser oder nicht? Irgendwas. Also irgendwas, was mir wirklich was bringt. Aber wie es aussieht nicht. Ha. Ach warte. War ich hier nicht schon? Ja. Ich weiß jetzt wieder wo wir sind. Da hatten wir doch Dings hier geheilt. Sag ich mal. Also, äh, verarztet oder nicht? Ist das nicht hier? Und hier konnten wir vorher nämlich nicht rüber. Oh, muss auch noch was. Aber... Okay. So. Munition. Okay. Wie auch immer ich das da aufbekomme. Äh, was? Was ist das hier denn? Komm schon. Geh mal auf. Ha. Okay. Okay, haben wir geschafft. Und dorthin. Gut, dann haben wir hier eigentlich alles erledigt, ne? Dann würde ich sagen, klettern wir mal wieder zurück. Stimmt. Hier waren wir. Ja, klar. Klar. Ja, da ist das Flugzeug da. Das andere. Oh Mann, okay. Äh, ich hoffe, wir können von da oben wieder zurückklettern einfach. Wieso renne ich immer durchs Feuer? Ist hier noch irgendwie was? Was Neues? Ah, da unten. Okay. Liegt ein Flügel vorm Flugzeug. Nennt man das bei Flugzeug Flügel? Ne, oder? Hallo, Häschen. Sweet. Äh, von da kam ich. Okay, Moment. Kann ich da... Irgendwas muss ich hier noch machen können, ne? Von da hinten vielleicht? Nee, dann eher von da oben oder so. Daran irgendwas schießen. Ha. Man munkelt. Dass man da irgendwie was machen kann. Man munkelt. Aber was weiß ich nicht. So, von wo kam das denn? Das Seil... Hä, doch von da unten? Hä, von wo denn? Hey, ein Ei. Ein Nest. Cool, wir haben Eier bekommen. Okay, gut. Wir können wieder hochklettern. Von da. Eier gestohlen. Oh, cool. Das gibt wieder eine Quest. Oh Mann, ey. Es gibt hier so viel zu machen, ne? Ich werde dieses Spiel definitiv nicht zu 100% spielen. Ich will nur die Story durchspielen. Einfach so. Und... Ja. Es wird auch demnächst mal wieder Livestreams geben. Denn ich habe... ein schönes Neuspielchen. Beziehungsweise ein paar schöne Neuspielchen. Die ich gerne spielen möchte. Und auch gerne live let's playen möchte, sag ich mal. Auf jeden Fall live aufnehmen möchte. Und... Ja. So, hier können wir jetzt... E drücken. Nicht F. E. Okay. Fuck. Mann, stirb. Du bist ein Arsch. Mann, alter, dein Ernst? Wo rennst du denn bitte hin? So war's das? Ich glaube, das war's. Heiligei. Mann, das war... Das war fast gut. Und der hat da einfach runtergepisst, alter. Ich meine, gut. Das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, aber... Kannst du jetzt mal... Ah, danke. Zack. Zack. Sonnengöttin. Ich bete zu dir. Ähm. Müssen wir... Ja, ich glaube, wir müssen hier hin. Und dann... Zack und eh. Guck mal, weit runter. So, jetzt müssen wir... Ähm. Was ist da oben? Nee. Da unten war ich schon? Okay. Hä? Können wir von hier... Können wir auch kein Seil ran machen? Was bringt es mir hier zu sein, Leute? Da können wir Seil ran machen. Aber was bringt mir das? Ha. Das war ein weiter Sprung. Und vielleicht auch ein schmerzhafter Sprung, aber... Egal. Ich gehe jetzt nach dort wieder. Ich weiß nicht, ob da unten noch was ist, aber das... Ja, ignorieren wir jetzt einfach mal, falls da was sein sollte. Und wir gehen hier weiter. Zack. Okay. Ranspringen. Und hochklettern. Eigentlich will ich da erstmal, glaube ich, ein bisschen runter, oder? Das war nicht so mein Plan, so dumm runter zu springen, aber okay. So, hier drin... Hier ist sicherlich was. Komm schon. Hier muss was sein. Irgendwas. Ja, ja, auch nicht. Oh. Dein Ernst? Als ob hier in dem Wasser nie was ist. Ist doch nervig. Einmal wieder hoch und hier lang. Hier ist noch eine Truhe. Reliquienjäger freigeschaltet. Das ist der Tiefment. Okay, cool. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinander gefaltet. Okay. Gut, ähm, wir könnten jetzt natürlich... Können wir mehrere Sachen dann einbinden? Ja, können wir. Okay, cool. Ne, können wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auch... Ja, gehen wir erstmal zuerst hier oben hin. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Da ist schon wieder ein Buddha. Hallöchen Buddha. Na. Zack. Sieben von zehn Statuen. So, wir könnten das hier... Hier ranbinden. Das machen wir auch mal. Und der Part ist gleich vorbei, wie ich sehe. Da unten ist wieder ein Nest. Das holen wir uns natürlich auch noch gleich. Wieder ein Tagebuch. Ne. Tagebucheinträge sind mir zu viel. Gelaber, sag ich mal. Darüber. Können wir uns natürlich alles miteinander verknüpfen, ne? Das machen wir jetzt, glaube ich, auch. Zack. Ho. Okay. Not even close, baby. Not even close. Gut, was ist hier? Hier oben ist wieder ein... Tagebuch. Ich will mir das halt echt nicht anhören. Das ist mir einfach echt... Oh, wir sind schon. Oh. Okay. Dann einmal bitte hier... ...ranbinden. So, hier oben ist noch Munition. Das brauchen wir nicht. Da unten war ich. Dann will ich mir eigentlich nur noch das Nest da hinten holen, ne? Was ist denn da? Ich weiß es nicht. Das Seil, da hatten wir schon. Genau. Dann machen wir das so. Und dann will ich da oben nochmal lang gehen gleich. Dann hole ich... Hole ich jetzt das Nest? Ich glaube schon, ja. Ich hole das Nest. Spring rüber. Genau. Immer zur Not am Ende springen. So. Und dann will ich nochmal nach ganz oben, bitte. Zack. Und dann, wenn ich da oben war, beenden wir den Part auch. Ich merke gerade, wir sind schon wieder ein bisschen über Zeit. Fast. Aber egal, komm. Ein paar Minütchen länger kann man ja mal machen, ne? Juckt ja nicht. Hier könnte ich auf jeden Fall... Hier bringe ich das Seil an. Und dann gucken wir mal hier rein. Was hier so ist. Ich hoffe, es ist jetzt kein Fehler, hier lang zu gehen. Aber ich glaube, hier finden wir einfach wieder irgendeinen coolen Schatz. Ja, ich mag Schätze. Schätze sind super toll. Okay. Hier können wir hoch. Ganz viele... Alter. Ganz viele... ...Symbole in der Wand eingeritzt. Kann ich hier nicht durch? Doch. Hä? Wieso ist hier gerade nicht weitergegangen? Alter. Okay. Okay. Wo zur Hölle? Optionale... Ah, die Halle des Aufstiegs. Okay. Leute, wir beenden hier den Part. Wir sehen uns bei... ...das nächste Mal wieder. Haut da rein. D Quem das? Dann... ...das objet... ...1, 2, 1. Und dann ... ... demostratz... Okay. Also...